Wie gesagt, die erste hat er ja auch schon gehabt. Aber dafür verbraucht ganz schön Mana. Ja, dann musst du halt so einen Mana-Turm bauen, hab ich dir das ja schon mal sagte. Ja, ja. Weil dann kannst du da so, ähm, kannst du das mit Block-Breakern und Block-Place heißen, glaube ich. Der andere heißt, glaube ich, irgendwas mit Place oder so. Block. Und wenn du natürlich Block eingibst, dann gibt es natürlich eine Arschkarte. Musst du jetzt mal suchen. Ja. Hier gibt es einen Block-Breaker von Mine. Factory, aber den meinte ich nicht. Da ist der Block-Breaker von Project. Genau, der ist das. Den kannst du ja den Block-Breaker nutzen, um die Ads abzubauen und den Block-Placer nutzen, um Steine zu setzen. Da hast du immer so einen Kreislauf. Ja. Ja. Zendos, mal ganz ehrlich, okay? Wahrscheinlich. Gibt es da unten in Place oder ist da anders? Doch da. Block-Placer. Von Open Blocks. Mhm. Und so hättest du dein... Deine eigene Farm. Ja, aber erstmal muss ich genug Mana generieren vorher. Ja. Ich hoffe, dass das auch funktioniert. Äh. Blastönes. Kannst du irgendwie Kohle nehmen oder brauchst du... Ach, brauchst du ernsthaft? Hä? Aber Charcoal... Weißt du, das finde ich auch Bedroh. Weißt du, Kohle kannst du nicht reinwerfen, aber Charcoal kannst du zum Brennen nutzen. Super. Ja. Das ist ja wieder ganz herrlich, du, ja. Oder so ein Kohlebock. Nein, den können wir auch nicht nutzen. Dann nicht. Dann nehmen wir hier... 2 Sticks da raus. Ich hab da noch richtig... Ein Hobar. Nein, ich hab die Hobar dafür nutzt, die Hobar. Die Hobar sind die Hobars. Bis so wie Lust, das stimmt. Zack, zack. Keine Ahnung, wie lange der jetzt für ein Stack braucht hier. Werden wir hier sehen. Ja. Wie lange der dafür braucht. Kann ja schon mal das produzieren. So, jetzt mach ich schon mal hier so'n... Ape. Wie heißt das denn, Ape? Puiiii, Ape. Irgendwie heißt das Ding. Nur wie. So auf jeden Fall nicht. Nein. Industrial. So wie es gerade aussieht geht, das ist nur 7x7. Also von der Mitte aus. Von der Zunge. Ja, das ist ja super. Warten wir mal, was denn? Eins. Zwei. Drei. Drei. Sechs. 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 Ja gut. Reicht auch. Ja. Aber wie gesagt, wenn du mit dem Block und Placer machst und mit dem Block Breakern, dann machst du so zwei Linien oder drei, wie man es schafft. Ja, zwei schaffst du. Oder schaffst du so einmal so'n Kreis und dann playst du die ganze Zeit die Blöcke. Ja. 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 Da. Da ist die Tastatur hier. Woh? Nein, nein, nein. Tastatur hier geblieben. Alter, hör die Tastatur gerade ab. Ja, pech, glaub ne? Spack. Äh, wo bin ich stehen geblieben? Ach ja, industrial. Dafür brauchen wir... Bronze haben wir nicht, okay. Aber Copper haben wir. Oh, da haben wir gar nicht so viel. Oh je. Oh, wow, 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 wir haben 4.500. Guck mal, das. Ja. Ja, ich guck so Copper, 1300, 600, Ore, also Erz. Und dann guck ich so Pulverweiß, 4.500. Ja. Dann brennen wir erst mal. Ist das schon okay? Vielleicht mal all meine Mana Tablets, ne? Ja, mach du, dann wolltest du deine Spitzhacken irgendwie abgehören oder hast du schon? Ja, wieso abgehören? Wolltest du doch, dass die doch irgendwie stärker wird oder nicht? Ich hab's schon gemacht. Achso, hast du's schon. Na, A reicht vollkommen, dieses 5x5. 5x5 reicht vollkommen. Das kannst du 7x7 kannst du auch noch machen, ne? Das höchste ist 9x9. Warum machst du's dann nicht? Nein, weil 5x5 reicht und das sonst noch zu viel Mana kostet zum Reparieren. Okay. Deswegen. Iron, Gold. Wenn ich genug Mana hab, dann ja, aber so. Iron, Gold. Was brauch die noch? Mit Storm. Mit Storm, nehm ich zwei Sticks mit. Iron und... Iron und... Iron und... Iron und da brauchen wir ne Winterrone, wir brauchen Schnee. Hattest du nochmal kurz wegen Schneebälle herstellen? Äh, ist hinten beim Obsidian. Ach, hast du schon? Hab ich schon. Ach cool. Dann kann ich mir ne Winterrone machen. Dann kann ich mir ne... Nehm ruhig genug raus. Dann kann ich mir nicht die TNT Pflanzen auch machen. Naja, ist genug. Die fütter ich mit TNT und die hauen richtig Mana. Naja, wie gesagt, nimm, nimm raus. Richtig Mana raus. Haben genug. Ja. Wo, bei Obsidian? Ja, bei Obsidian daneben. Das ist noch ne andere Kiste. Ich weiß noch nicht mal, wo das Teil von Obsidian steht. Bei der Smeltivy, bei der Original Smeltivy. So. Zwei. Ah, ich mach da gleich paar mehr von, dann können die ein bisschen... Vor allem. Für die... Ich brauch so ne Award-Rune. Ja. Und dafür brauch ich ne Winter-Rune, ne Ers-Rune, ne Erd-Rune. Darf ich den auch schon wieder machen. Dann brauch ich noch ne Erd-Rune dafür. Ne Water-Rune, ne Water-Rune, die ich zum Glück hab. Und nen Kuchen. Und nen Kuchen. Also... Hey. Kommt man auf solche Rezepte fragen. Kannst du mir das mal sagen? Ist doch geil. Und ich krieg nur eine Winter-Rune raus. Eine. Okay. Und Wolle brauch ich. Ja, da kümmer... Dann wollte ich mich gleich drum kümmern, Wolle. Also mach ich eben... Ah, jetzt hab ich zu viele Pisten. Macht egal. So ein bisschen übertrieben. Kann das sein? Was? Ja, was man dafür alles braucht. Ja, aber... Jau. Oh. Vielleicht du Dreck-Saubeherrsch dich doch mal. Ja, genau ich. Ja, klar du. Wer denn sonst? Ja, ich nicht. Jetzt bauen wir noch dieses hin. Das kostet ne Glasscheibe. Okay. Ach ja, das hab ich den hier auch noch nicht. Ich zeig, da muss ich aber kurz nen Gamehawk runter. Weil anders komm ich da... So richtig schnell komm ich da nicht wieder hoch. Ach so, du hast... Wuii. Ach so, die Emerald Farm. Ja. Warum ist da jetzt mit einmal... Kann doch sein, dass hier ein Enderman drin gestorben ist. Ja. Da ist ein Enderman. Weil... Da ist ein Enderman drin ist. Ja, da ist ein Enderman gestorben. Wir haben hier ne Emerald Farm. Aber ne ganz leichte. Einmal Villager die sterben und daraus... ...generiert Emerald. Aber jetzt... Ach so. Müssen die sowieso umbauen. Die soll ja hier nicht rein. Hier sollt ja der... Der ähm... Tower rein. Okay. Der Spawner. Weil er keinen anderen Platz hatte. So. Weil ich ihm gesagt hab, der soll noch nix umbauen. Ach so. Deswegen kann er hier unten ruhig rumspielen. Warum ist die eigentlich Holz drin in der Wand? Äh... VVDF. Ne, so bescheuert manchmal, ne? Ich glaub mal, dass er... Entweder hat er mit seinem Stab, oder ich weiß ja nicht, wie er das ausgekleidet hat, weil... Schneebelle. Schneebelle. Der hat die ganze Wand ja auch irgendwie gemacht. Schön, ne? Wenn du Eis brauchst, musst du umstellen, Leute. Oder brauchst du Snowblocks. Schneeblöcke. Ja, hier. Stell da um. Der kann auch Blöcke machen. Ja, ist egal. Jetzt macht er Blöcke. Ich mach die Medi. Ich mach die Medi. So schnell gemacht. Ja, aber... Blöcke kann er auch. Boah. Ich hab grad so'n komischen Ziehen in meinem... ...rechtes Schulterblatt. Boah, das ist geil. Kennst das? Ja, klar. Wenn er jetzt einmal knacken muss, dass er weg geht. Ja. Aber das ist schwer hinzukriegen, zu knacken. Ich steh mal auf und dann Arme ausstrecken und dann musst du sie so kreiseln. Dann geht das immer bei mir. Ja. Ja. Ja, bei mir funktioniert das immer. Oder einfach mal den ganzen Rücken knacken lassen. Geht's auch schon wieder. Ja, das ist so. Na ja, halbwegs geht's an mir. Denken wir noch eine freie Table? Ne. Alle besetzt, ne? Ja. Obwohl bei dem... Hier vorne bei dem MME könnten nur welche sein. Die sind... Ja. Ja, rechter... Rechter sind immer meiner. Wollten schon Schilder anbringen. Flash. Darf nur Flash arbeiten. Flash die Fotze. Ja. Zack. Zack. Aber wir reichen erstmal 20 Schneeblöcke. Mir ist das egal. Du kannst ja massenweise mitnehmen. Ja, 20 reichen. Ich hab... Mein Invental ist eh schon zugemüllt durch die Schassen. Ob sie eben. Durch die Nacht. Boah ey, das ist... Kann kotzen bei so Wasser manchmal, ne? Was denn das Problem? Ich schwär mich auch nie. Oh ey. Ich hab den... Ich hab 10 Pisten, da kann ich kommen. Scheiß drauf. Ganz ehrlich. Nee.